schweinchen es ist so süß jaja schweinchen die handgelenkschlaufen habe ich das sind unsichtbare drücke ein knopf über der falsche knopf hauptmenü ich finde das so insane dass man dass man das zwei bis vier leute spielen kann ich finde ich finde die kameraeinstellung richtig gut alles gut ich kann bestimmt mit dem stuhl runter das ist so süß wie du das jetzt einfach so mega lang das sieht so seltsam aus vor allem sieht das so seltsam aus weil ich keine hose an habe ja herzlich willkommen zu schnippe die schnapp schnipp schnapp doppelkart schnatt doppelschnipp doppelschnipp hashtag doppelschnipp fraute ich glaube du kannst noch einen moment zu mir das war übrigens ein moment also ich rechne nicht mehr in meter oder so ein wunderschöner moment entgegen des metrischen system und entgegen des des mile ins system keine ahnung was wo ich glaube ich habe den falschen controller oh mein gott wir werden es gleich verwirren dann ich weiß nicht weiß ich nicht wenn wir das gleich sehen okay wir haben wir haben es geschafft voll in form alles cool alles durch nächstes level warte 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 wir müssen hier das war necke ich so tief wir waren wir waren bei warte wir waren bei radikal uretro der hat ja so ein schlüssel ding auf dem kopf ob irgendwas mit dem schlüssel kommt ich weiß nicht vielleicht sollten wir das level spielen wo ein schlüssel ist ob das schlüssel erlebnis mensch sowas aber auch so ich will okay doch ich habe die richtige ja alles gut ja dann kann ich aber ich weiß nicht mehr wie es geht ja wie wird es nur das ist okay gut hätten wir das dann auch festgelegt also also auf mich auszuziehen ich meine ich jetzt hast du den armen schlüssel fallen wir müssen die vögelchen retten moment moment das sind unterschiedliche richtungen in die der schlüssel gucken muss nicht unterschiedliche richtung noch bist du am leben okay das bedeutet wir lassen ich habe ich glaube nicht nur für das gut diese ja warte warte jetzt musst du runter in dem spiel muss man sich ausschneiden und warte ich muss mich nach rechts drehen jetzt aber 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 das war so schön aus ich habe das so wunderschön gemacht jetzt man geht so jeder weg wir müssen uns ausschneiden das ist ganz wichtig in dem spiel ohne snippern ist nur noch clips stimmt äh plus ich will was mit schweinchen ich gebe gar nicht viel schweinchen oben noch die beiden ich will mich das hier noch machen und schnitt ja das geht natürlich noch weiter ich habe aber ich habe ich habe das letzte mal als ich das und schnitt gemacht habe das auto schon eingespielt gab aber wenigstens noch weiter okay du bist nur angeschnitten okay das ist das ist schon ein bisschen ist schon ein bisschen fortgeschritten aber auch nicht ganz genau da unten muss eine rundung rein wir müssen uns eine rundung schnippeln glaube ich ach du heilige mutter josef maria kruzifix noch was also erst mal erst mal war ich hier so mich rein ich glaube das war okay oder wahrscheinlich doch das sieht gar nicht mal schlecht aus aber wir müssen uns jetzt unten aber wir müssen uns jetzt unten warte 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 gehen wir hier rüber sonst schneiden wir ja okay das könnte jetzt klappen alter die steuerung ist so mega die ist möglich das ist ein apfel der sich selbst ist überhaupt nicht das ist doch ein apfel da kann man so eine apfel sind aufgegessene apfel der sich selbst ist nein aber wir haben doch das so ausgeschnitten das ergibt überhaupt keinen sinn ja aber das ist das apfel gehäuse und der rest drumherum ist das was übrig bleibt vom apfel und oben haben wir aber den daten ich bin ich nicht eckig und meine äpfel essen sich nicht selbst okay ich glaube selbst im minecraft sind apple nicht in minecraft ja stimmt kommt aus texturen pack an ich spreche von minecraft nicht von billigen shit aber ja okay komm hier das ist irgendwas mit tiktak und zeit und zeit und zeit ist immer gut wir sind ach das müssen wir da ja warte warte das ist ja gar nicht mal so kack jetzt ist ja easy so ich denke das hier schon mal ab das musste dem rennfahrer darunter nee du musst jetzt nach oben kasper mit deiner ecke die ich dir schon geschnitten habe welchen großartiger typ du musst aber auch schmal werden weil sonst kannst ja dann ja wir kriegen kriegen wir schnell das muss ich ein bisschen so drehen dann bist du schon mit wie auch immer das passiert ist weil jetzt ich drücke das dann nach links das war das tut mir leid oder nein ich kenne diese spiel machen wirklich so ein bisschen so aggressions kämpfe wie sie gucken ich bin super ich klicke ich einfach gerade so ein bisschen ach so ja 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 das was mich ja genau runter ja deine augen haben gerade gestrahlt nachdem du mich zerschnitten hast so muss das sein nix mit meinen haaren also für alle die gesagt haben harry kurz haarschnitt volkulasschen raus wachsen das passiert dann wie wäre es wenn ich dort mal schnippschnaps schnippschnaps mache ich mag meine haare mega da ist eh keine schere in der nähe nein nicht bibi nein nein superstrange aus hier so mich noch ein pony mit der perücke ich will das nicht sehr gut wir können also weitermachen sehr gut wir können also weitermachen ich sehe ausgekronen aua was machst du mit meinen haaren los weiter geht's holy wer hat denn da rein geäuft erst mal aufsetzen wer ist gut für die haare keine ahnung was das ist das lag da keine ahnung ja ja sagt er ich fühle mich halt einsam und dann nehme ich deine mützen machen wir weiter das ist ein haarenloses kinderspiel was mit süßen kleinen fischchen das kann ich mir von schlacken auaau fische du bist doch wie einer von den sieben zwerge und dann so süß los ja entschuldigung muss ich die ganze zeit so schneiden ich glaube das ist das nächste mal das sieben das siebte mal dass ich dich hier zur karten kratze Nein! Jetzt lass das doch einfach machen. Ich lass das, entschuldige. Wir müssen irgendwas... Warte mal, was passiert denn, wenn wir... Was passiert da genau? Was passiert denn? Ach so, das Ding da geht hoch. Und dann kann man die Fischchen da rausdrücken. Ihr dummen Kackfische! Ja, wie soll ich die... Okay, der kommt dann da hin. Und wir wollen einen grünen und wir wollen einen roten da rein. Ähm, ich frag mich jetzt aber gerade ganz... Da bin ich wieder in den Form geschnitten. Ja, äh, ich frag mich halt nur... Ich mein... Wie denn? Die Kackfische haben aber keinen Bock. Hä? Was wollen die denn, dass wir machen? Soll einer von uns da rein? Ja, mach du mal. Ähm, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du mich so ausschneidest, dass ich so eine Kelle wieder hab. Ja, warte. Mach dich gerade. Warte, oder? Kommt sofort. Das ist nur so ein Stückchen, einfach nur so. Nicht so viel. Kommt sofort. Kommt sofort. So, oder mehr? Kannst du mir noch so eine kleine Ecke reinfräsen? Einfach damit ich... Links oder rechts? Ist egal. Was? Ja, komm dann. Jetzt versuchen wir es einfach mal, damit ich einfach mehr Möglichkeiten... Ja, komm wieder hier hoch. Versuch, entschuldige. Komm wieder hierher. Weil ich versuche jetzt dann, baden zu gehen. Okay, also den brauchen wir schon mal. Schieb mich hoch. Lol, wie frech! Wie gut war die Ecke, bitte. Sterb! Oh, 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 oh. Nein. Nein. Komm wieder her, du kleines Mistbestück. Lass den blauen Fischenruhe, es ist mein Buddy. Nice. Wie gut ist das denn, bitte? Wir könnten voll viele Fische töten, wenn wir wollen. Oh, 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 oh. das tut mir leid der blaue sollte bestimmt auch der hat einfach der ist halt einfach ein bisschen und 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 gut gemacht los geht's